Müll. So. Okay. Wie geht's den? Oh, oh, oh. Warte, warte, warte. Oh, oh. Entschuldigung. Ihr, ihr braucht natürlich... Töpfel. Ihr braucht natürlich Essen. Gut. Wie wär's mit einer Fleischpasteite. Dann... den da. Dann Futterspender. Dann S-Tablett groß. Dann ein Hundeball. Ein Knochenblatt. Ein... Ein Karton. Ähm... Hippi. Okay. Okay. Dann einen Sprinkler. Machen wir mal hier hin. Dann... Wasserleitung. So. Ich glaube, jetzt haben die genug zum Spielen. Nicht wahr? Jawoll. Qualität der letzten Mahlzeit. Ihr habt noch gar nichts bekommen. So. So. Jetzt soll ich nicht da hingehen, sondern... Futter... Beschäftigung. Aber sonst geht's denen gut, ne? Hallo. Attraktivität ist sehr gut. Sehr gut. So. Was ist hier? Forschung. Das ist gut. Und weiterforschen, bitte. Und weiterforschen, bitte. Hey. Neuer Tag. So. Die gehen erstmal alle... hier zum... zum... Mumpi, Mumpi. Okay. Dann muss ich ja da hinten dann auch irgendwann... Jemand hatte... uns Geld gestohlen? Was? Was? Die Tickel sind... Ganz ehrlich, blauer Pfau, was... was willst du denn noch? Die sind hier. Die sind riesig. Futter... äh... Beschäftigung. Äh... Gehege? Dann schauen wir doch mal. Blauer Pfau. Vielleicht, äh... Äh... Wie geht's mein... Flamungis? Komm. Sehr schön. Dir geht's sehr gut. Das ist schön. Den Zebra... Hungrig. Okay, dann... Dann... Dann ess doch mal was. Warte, dann... Hau ich hier auch mal... nochmal... Äh... Sparen. Zebra. Futter... Ähm... Futter... Dann mach ich mal hier einen großen Futtertruck hin. Okay... Ist ziemlich klein. Also ich... ich finde langsam... dass erstens der da repariert werden sollte... Und... Okay... Okay... Ähm... Ähm... Arbeitsbereich... Arbeits... Bereich... Dein Arbeitsbereich ist das hier. Ne... Nicht das da. Warte... Ohne die... Die Steppen links... Und... äh... Ohne... 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 Ja, doch... Okay. Ok... So... Komisch, dass der hier draußen ist, sondern nicht hier drinnen. Wie geht es den Hyänen, die haben sich zurückgezogen? Ne, du? So, okay. Nochmal, alter Schwede. Darf ich nicht? Oh, gleich. Oder doch nicht? Ne, noch nicht. Oder? Wie geht es dir eigentlich? Gut. Ich glaube, jetzt ist es soweit. Ja, eins? Wieder Zwillinge? Ne, eins reicht ja auch. Wie heißt du? Miau. Der letzte Mal sei der, ja, du musst ja bei deiner Mutti ertrinken. Okay, der ist nicht so gut. Aber trotzdem Attraktivität hoch. Wieso? Wegen der Lebenserwartung wahrscheinlich. Ähm. Ja. Ja, ist doch schön. Ja, ähm. Die Arzt wurde gerufen, ne? Wieso? Wieso ist der verletzt? wieder wegen, wegen Dingen oder was? Hm. Ja, denn die wurden schon, äh, gerufen, ja. Forschung abgeschlossen, sehr schön. Weiter. So. Kann, kann man die, äh, besser ausbilden? fortbilden. Oh. Wird eine, herres Gehalt erwarten? Ah, das ist ja geil. Dass man die, ähm, ausbilden kann. o-de-de-de-de-de-de-de. O-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de. O-de, o-de-de-de-de-de, o-de. Umsiedeln? Warte mal. hatte lieber das genau bis zu 27 männchen bis zu neuen weibchen krass hier hat es gerufen dann verlege ich ihn mal in die tierpraxis wollte ich eigentlich du solltest mal hier hat er mal wieso tauschen gerade nicht lebensqualität futterbeschäftigung ja ist ja irgendwas strauß afrika wahrscheinlich afrikanischer strauß hier der braucht noch das da und der braucht noch das da unten bald ist immer gut und sprengt da ist auch immer gut und Vorderbox ist auch gut alter da ist ja jetzt alles voll für den jungen 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 gut vertreten für arzt hier zu rufen barrierenstatus techniker hier barrierenstatus auch techniker qualität 3 qualität 2 kämpfen um alpha status aber wo dr den f'res stress ja immer wenn es ich hier vorne ist es stressig wegen denen aber ja der wird schon wieder Kampfgänge in konkrete Geschlechterverhältnis warte 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 i love my steamy Warte, dann mache ich hier nochmal ein großes Haus, so und auch hier alles voll. Und hier mache ich jetzt einen Baum hin, weil die dürfen da nicht reinschauen. Aktur, Film, Afrikanisch und Graslandschaft. Upsi, Entschuldigung. Jetzt seht ihr hier halt nichts mehr. Das tut mir aber leid. Spannert mal woanders hin. Ich habe euch extra hier vorne eine... Ach komm, geh runter. Ich habe euch hier vorne voll die schöne Dinge gemacht. Und jetzt spannert ihr alle hier. So. Zwei Warnungen, Tiere. Drei Männchen, drei Weibchen. Oh. Ja, drei Männchen, drei Weibchen ist ja falsch, ne? Die wollen ja maximal... Zwei. Nee, hä? Stimmt doch, passt doch. Freilassen. Freilassen. Naja... Ist beschädigt. Dann hole ich mal Techniker. Weil ich hier ist... Ganz ehrlich, ich hole jetzt hier. Was machst du denn? Ziemlich wenig los heute. Du könntest ja mal, warte mal, warte mal. Stopp, 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 Spacko. Du nimmst jetzt mal deine blöden Hände in die Hand. Und Arbeitsbereich 11. Was ist das für ein Arbeitsbereich? Arbeitsbereich 11. Äh, 11, 11, 11, 11. Ein Gebäude. Wow. So. Bleib stehen. Geh. Ja, endlich, du kleine Kackmade. Entschuldigung. Ah, Mann. So, Barrierenstart ist das wieder gut. Auch. Ja, das wird gerade... Ja, also. So. Jetzt hat er mal was zu tun hier. Äh, Steppe. Kampf um Alpha. Status. Kampffing inkorrekten Geschlechterverhältnis Springbock. Aber, die Springböcke haben doch kein Problem damit. Oder habe ich's jetzt doch falsch gesehen? Hm. So, nochmal. Also. So. Tropia, bitte. Äh, ein Männchen und 34 Weibchen. Genau. Und ich habe sehr viele Männchen, ja. Ist in Ordnung. Ist gebombt. Ist gebombt. So. Wie viele habe ich denn? Nein. Wie viele habe ich denn? Nein. Hier, so. Ähm. Tiere. Ich habe zwei Weibchen und drei Männchen. Hä? Was? Eins, zwei, drei. Also. Ich habe auf jeden Fall zu viele. Vor allem die beiden zoffen sich halt immer. Genau. Der da. Und der da. Wie bist du eigentlich so unterwegs? Fruchtbarkeit ist nicht so gut. Und du? Fruchtbarkeit ist super. Gut. Dann werde ich dich mal verkaufen. Du bist halt schon ganz attraktiv, obwohl du. Genau. Versandfertig. Ähm. Verlegen. In. die Handelszentrum. Und von da wirst du dann verkauft. So. Handel. Äh. Ich könnte auch freilassen. aber. Ja. Ich lass ihn frei. Oder? Ob jetzt. 21 oder. Warte. Ich schau mal kurz. Jetzt. Der ist. Ähm. Schon relativ alt. Er ist. Erwachsen. Und. Ne. Ich. Ich. Ich schau mal. Was. Was die Springböcke. So kosten. Ja. Barrieren werden. Schon. Ähm. Ähm. Jetzt. Jetzt fangen ja auch noch die. V. 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 An. Ich. Dachte. Die. Die werden. So. Glücklicher. Wenn. Wenn. Sie. Viele. Sind. Ah. So. Hier. Vier. Männchen. Und. 16. Weibchen. Wie viele. Männchen. Habe. Ich. Dann. 1. 2. 3. 4. 3. 2. 3. 3. 4. 5. 6. 9. 10. 10. 10. eben gut dann forschung abgeschlossen hier jetzt geht wieder alles auf einmal weiterforschen bitte warte ich mach mal pause so artenvielfalt dankeschön wird welt erwachsen sammaira das ist zum klicken weibchen so also ich habe einen springberg und blau pfau zu verkaufen also blau im blauen pfau ist relativ easy sag ich mal also näher ist es ist nicht easy weil es weil es so viele gibt so so gerade werden keine feuerfausten angeboten hatte ich glaube ich also dem v kann ich glaube ich nicht für echt doch kann ich okay dann handel ich ihn für sag ich mal 10 weil ja wobei ich mach mal ich mach mal 15 weil hochbarkeit ist halt richtig gut und immun ist auch gut größer ist so lala langlehrigkeit ist mittel also schlecht ist auf jeden fall nicht handeln dann du fruchtbarkeit ist nicht so gut handel ich will den handeln jetzt gut 20 ist minimum mache ich mal 30 mache ich mal 30 30 so handeln gut mal schauen mal schauen ja dass die tickets zu billig sind dann machen wir mal 15 und 10 tja selber schon gut inspektionsbericht bericht ansehen ähm die hege 5 ist dehydriert bildung ist zu niedrig qualität der lässt mahlzeit das kann ich ja jetzt auch ist nicht gut tüpfelhygiene ganz ehrlich das passt das wollen die besser geht es gar nicht um qualität 2 was die haben schon die haben schon klein aus das ist der falsche tier aber mehr süß 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 unter gut so akku wie im wir essen sein sein gehen nicht ganz so gut aber er ist fruchtbar genau die kann ich ja nur für geld verkaufen das ist ja oder freilassen wie wir es mit einem tierpfleger haben ja da ist schon unterwegs gut so musste kurz auf die uhr schauen wir sind schon wieder ein bisschen übertrieben aber wahrscheinlich hatte ich das dann also halbjährig dann den geht es allen sehr gut das ist super das ist sehr schön den gibt es jetzt auch gut krass wir haben jetzt schon drei von denen gold status die jungen du hast auch gold starten status und du hast auch gold status hoch 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 in den türen ich denke gerade eher daran dass es sehr viel geld gibt um um die habe ich doch 2 3 7 das ist doch egal das ist doch egal 3 4 5 6 aber jetzt jetzt ist einer erwachsen geworden okay du bist ganz gut unterwegs habe ich so den Eindruck du bist auch gut unterwegs du bist nicht so gut unterwegs du bist spitze unterwegs du bist auch gut unterwegs aber ich habe ja nur wirklich gute dann mache ich genau was ich ebenfalls hole ich ihm mal handelszentrum steppe alpha status wieso kann ich den jetzt nicht verkaufen kann nachdem ach so da mache ich schnell handel ich mache schnell handel bestätigen jetzt wieder nicht so gutes verhältnis zwischen den tieren 412 ich kann nicht weiter unter 123 und das ist ja ich muss noch mal nachschauen 11 mädchen ok es sind jetzt 22 mädchen erwachsen geworden einmal ein goldener zweimal goldener okay aber der ist der krassesten ja sorry springbock da und da will ich mir noch mal kurz schauen viel müll vorhanden wo denn viel müll hier oder was ich habe doch überall tonnenweise schau mal was ist das was ist das ihr idioten ihr seid zu dumm um zwei meter nach rechts zu gehen mitarbeiter zum pflege jubelhalter geile zu pflege hier mach mal sauber gut ähm forschung abgeschlossen sehr schön forschung abgeschlossen sehr schön okay gut ähm ach genau ich wollte gerade schauen wie viel ernsthafte verletzungen zu angefordert angefordert warte mitarbeiter mitarbeiter tierpfleger groß das ist natürlich super ich brauche mitarbeiter vor schon aber noch mal , in der Werkstatt ne ja hm oh das checken die jetzt nicht ne? Ja, aber hier haben wir zwei hier. Überlastet. So, Gesamtgewinn 11.000. Ja, komm. Wo seid ihr denn, ihr beiden? Ne, du bist ein Weibchen, du bist ein Männchen. Du bist ein Männchen. Genau, Fruchtbarkeit 50. 60. Du kommst weg. Tja. Verlegen. So. Und jetzt gehen wir den Ding. Handeln. Äh, für wie viel mache ich den? Weiß ich gar nicht mehr. Handeln. Der braucht immer so lange. Das ist echt komisch. Pause. Das ist echt komisch. Ich will handeln. Handeln. Jetzt. Äh, machen wir mal für 30. 35. Nein. Für 35. Okay. Gut. Hier ist hungrig. Ja, sind ein bisschen viele hier, ne? Warte, geh hin. Hier. Futter. So. So, ernsthafte Verletzung. Warte, dä, 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 zäh, zäh. Zäh. Wo gehst du jetzt hin? Steppe. Wo gehst du hin? Was machst du denn hier? Du bist... Steppe plus... den da. So, Gehegel. Vier. Arbeitslast niedrig. Ja, dann kann ich den ja nochmal hier hin tun. So, hier. Tierpfleger. Rufen. Rufen. Züchte. Nei. Gehegetiere. Okay. So. Wie die halt nicht hier hingehen, sondern dahin. Das ist, äh, das ist voll, voll ärgerlich. Weil ich da, da sieht man halt gar nichts. Wieso geht ihr nicht dahin? Und ihr? Okay, ihr geht schon dahin. Okay. Auf, und vor allen Dingen, bleiben sie hier stehen. Ha. Na gut. Dann werfe ich halt, äh... Eigentlich ist es hier oben, aber... Sauberkeit des... Geheges. Gehege 4. Mach doch, äh, die aus. Gehege 4, okay. Aber ich, ich habe ja den ja gerade gerufen. Abgeschlossen. Sehr schön. So. Na, langweilig? Nee, lachen. Sehr schön. Gut. Dann, äh, würde ich jetzt aber wirklich sagen, äh... Das ist... Ja, das ist jetzt genug. Gut. Äh, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ja, es ist nicht gut. Also, äh, schau mal. Von hier könnt ihr alles sehen. Und außerdem habe ich, äh, eigentlich gedacht, dass ihr von hier aus schaut. Ist doch voll cool von hier. Oder von da. Na gut, also... Ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Untertitelung des ZDF für funk, 2017